So, ich habe mich jetzt umentschieden. Wir werden jetzt einfach mal ein neues Souls-Lag ausprobieren. Was ich eigentlich vorhatte. Da ist es auch schon. Helligkeit. Ich glaube, so ist es richtig. Tutorial zum Intro-Anzeigen? Nein. Bitte, das ist die Tour. Für den Eintrag leer. Hallo? Ich kann nichts drücken. Moment. Ich kann ihn nicht eintragen, den Namen. Fängt das schon mal gut an. Dann stöte ich das Spiel mal um. Ja, jetzt habe ich Ja gedrückt. Ich kann was eingeben. Aua. Das war der Tisch. Dann Hautfarbe. Körperbau. Weiter. Zubehör. Tattoos. Ich bestätige einfach mal. Data Dean. Aha. Was haben die denn so? Stärke. Schick. Wie immer auf Stärke. Ja. Ja. Aha. Es ist ein Nostalgiaia. Er wurde. Warte. 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 Das soll ein bisschen Verarsche sein von ein paar Spielen. Und so war es, dass der Wund-Be-Hero sich geworden ist. Habe es Dignität, würde es sich auf ihre eigenen Appendien schützen und uns aus ihrer pixelleten Schamme schützen. Nein? Alles klar, dann. Der Willkommen-Hoster war abschließend. Keiner, um den neuen Spawn zu erzählen, was zu tun oder was es war. Du bist nicht allein, wir sind den Weg vor dir gegangen. Geh dahin zurück, wo du herkommst. Halle der Helden. Ach, da heißt alle. Und die, die ihnen helfen. Aha. Also der Anfang ist gar nicht mal so schlecht. Man kann nur nicht rennen. Das ist halt das Ding. Oh. Oha. Da ist ein Item. Grünes Kraut. Du hast gerade einen Gegenstand eingesammelt. Du kannst ihn im Inventar ansehen. Ah, es pausiert auch nicht. Okay. Kakao-Trollen. Nice. Haltung wechseln. Okay, man kann in Dark Souls 1. Der Wund-Be-Hero begann zu verwenden, dass es vielleicht nicht liebt wurde. Da hat er eine Schrotflinte. Oha. Hat er eine Schrotflinte? Oha. 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 Das ist Wunderschmack. Oha. 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 Ahahah. This ist ein Ding. Das ist jetzt noch jemand. Aua! Ich hab kaum noch einen Life. Da ist ein Item. Verkultete Axt. Schaden, das hat weniger Schaden. Ach, Geschick. Okay. So ein Griff. Wechsel! Hallo? Grün ist kaum. Äh, ein Speicherpunkt wäre mal nice. Hier hängt doch irgendwo wer, oder? Aua, Aua. Jetzt für Linksexte. Der Sprecher hat entschieden, einige Geschichte zu machen. Durch der Zyklen. Der hat was gedroppt. Zuge. Ach, hier kann man nicht hoch. Okay. Ich bin tot. Man beginnt wieder von ganz vorne. Geil. Gut, jetzt schnetze ich mich irgendeiner einfach hier durch. Das ist keine Shotgun gewesen. Was habe ich denn da gesehen? Thank you. Ich hab... Aua. Alter. Kann ich durchrennen? Na, rennen geht nicht, aber... Da durchgehen einfach. Einfach durch. Da lang. Ich bin richtig. Ah, man kann sprinten. Das erzählen sie mir jetzt. Okay, der darf mich nicht sehen. Gib nicht auf, wir brauchen dich. Okay, den machen wir mal nicht. Tür öffnen. Mitarbeiterraum nur für NSCs. Ey! Ähm... Was ist ein Item? Splitter der Tradition. Ah, ein Beacon. Ein Konflikt, durch den Charaktionen mit Nostalgeier. Du wirst sie auf den Charaktionen. 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 Was hab ich hier für neue Waffen? 100... Wie näher gewicht. Euer wird dir die Brückeverschmiede sein. Ich bin bei mir. Niem ist es nicht möglich. Wweder Sie Cartos Ohr. Ich bin beimちゃubigen. Was in the void are you? Oh, you don't know what you are, or why you're here. Do you want me to guide you? You are no hero and I am no travel brochure. Now I have no idea what your little gestures were meant to convey. Probably rude, but I will tell you what you are. Proof that Nostalgiaia is dying. Kasten. Endlich Schweigerpunkt. Level-Aufstieg. Erforderlich. Ich kann zwei Level machen. Was wollen wir mal in meinem Level? Vitalität und Stärke. Und schon bestätigt. Das ging ja schnell. Waffen wegstecken. Tür öffnen. Sei unser Held. Oh, hier kann man die Tür öffnen. Da ist ein Item. Du bist nicht wertvoll. Nein! Der Hero wurde verabschiedet. What? Boss Kampf. What the fuck? Ich muss ziemlich früh rein. Ich muss ziemlich früh rein. Ich muss ziemlich früh rein. Wir sind unsere hohen. Das ist ein sehr guter Weg. Aua Alter, ich streng die Fahrten ein bisschen Aua Ich hab noch eine Heilung Oh, besiegt Oh, süß Was macht der jetzt? Schild der Inspiration Du hast es geschafft, Glückwunsch Ab sofort werden dir keine zusätzlichen Einführungsnachrichten mehr angezeigt Moment, ich wollte noch die andere Tür öffnen Ah, da ist noch eine Tür Erstmal wieder ein Levelaufstieg Ja, komm, Vitalität Was ist das für eine Tür? Blockiert, okay Auch blockiert Hätte ich mir denken können Ich hab nur ein Schild gekriegt To receive the Spirit's blessing is... Ähm, es war unverschuldig, dass die geschlossene Bündel von Sticken immerhin pathetisch Aber etwas war ein Miss Der Narrator, der nie verstanden war, war ... ... kürzlich. Mal sehen. Irgendwie habe ich Bock auf das komplette Spiel. Mal sehen, vielleicht hole ich es mir und dann streame ich das nochmal. Das war jetzt spaßig eigentlich. Und dann würde ich sagen, war das mein so ein ganz kurzer Stream, leider, weil ja eigentlich nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Stream. Haut rein.